ja das ist so schon gut aber für den film ist es nicht so gut geeignet das ist nicht jede kamera so gut geeignet ja der handy ja aber mit der anderen christ ist nicht so hin traumhaft schön schöner blick hier und das in berlin spandau oder wackelt so richtig das boot hier vorne schön hier wäre schon schwarz geworden mit der anderen kamera so schön hier zu sehen